Was geht, was geht? Hallo meine Freunde, hier ist der Celibus Bild. Der reine letzte weiße König. Wir drehen jetzt gerade irgendwas. Was ist das? Darf ich sagen, was ist? Ja, kannst du sagen, kommt wahrscheinlich danach. Ich kann sagen, ich habe die Freiheit, also sage ich gar nicht. Ich könnte alles gegen mich verwendet werden. So, man muss vorsichtig sein. Meine Freunde, der letzte weiße König, die LP, kommt am 14.04. über Kopfticker. Das ganze Vertrag von Ruvetech. Zieht sie euch rein, kaufen, laden, stürmen. Ich komme sogar mit. Und dann machen wir das Ganze groß. 3, 2, 1 und mit. Das geht nicht. Nicht drücken. Nicht drücken. Das geht nicht mehr. Armein. Freunde. Nicht reden. Dabei bleiben. Fit bleiben. изйous. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15, 11, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 19, 17, 16, 18, 18, 18, 19. Es geht ab Leute, es ist Bill hier, wie ihr gerade sehen könnt, drehen wir jetzt gerade ein Video. Und anlässlich des Videodrehs, präsentiere ich euch gerade Inhalt Nummer 1 aus der Box, ja, aus der Letzte Weiße König, hier dieses wunderschöne Tanktop, auch bekannt als Wifebeater, bitte nicht übersetzen in den Laden reingehen, auf Deutsch und sage, ich hätte gerne einen Frauenschläger in Weiß. Und checkt auf jeden Fall die GLBK-Tour, die beginnt im Mai. Von daher, hier, Wifebeater, okay, von mir aus alle übersetzen in den Laden reingehen, ich hätte gerne einen Frauenschläger von Syllabus Bill. José Frank Guterner, eine gewisse Rathartik-Rap. Was sagst du zum Video, Bruder? Ein Video wird auf jeden Fall gut, ich hatte ja ein Video in Köln mit Syllables Bildung an, checkt aus, der letzte Weiße König, das Album kommt, ich hab jetzt leider noch nichts gehört, aber vielleicht krieg ich hier gleich was zu hören, auf jeden Fall checkt aus, Kopf-Ticker-Records, Frankfurt, Bonn, Yama! Der Pep Strecker, der Chef Rapper, der Wegfetzer, jetzt erster, Mittel gegen Dreck-Schwetzer, siehst du mich, dann versteckt dich, bleib'n Weg weg, erwische ich dich, dann schwör' ich, dass du super Blei schmeckst, ich wär' nicht so sicher mit so'n schwulen Scheißdreck, heb' hier ab und du verschwindest, Bermuda-Dreieck, Du hast keine Freunde, Schulschwänzer, Müllschwätzer, ein Schuss in deine Hirn, Teile fliegen durch die Gegend, als wären es Flugblätter, Drogen nix, bist du high, oben bist, deine Frau oben nix, Titten flach, oben nix, S-Y! Ja, ausser noch! Ja, Mal, Beledi! Kickers dazu. Ok, K мог danke voll. und und die